liebe lego freunde hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren lego news video heute wollen wir mal einen ersten blick auf die lego star wars sommer neuheiten 2022 werfen da habe ich jetzt nämlich schon die ersten infos für euch das video wird in zwei segmente geteilt werden zuerst schauen wir uns mal die sets an wo wir neben den preisen und setnummern auch schon die namen kennen und im zweiten teil das würde ich dann einfach mal begründete spekulationen nennen da haben wir die preise und setnummern aber uns ist noch nicht der genaue inhalt der sets bekannt beachtet bitte dass es hier in dem video mitunter zu spoilern kommen kann damit ich die sets auch richtig einordnen kann vor allem zu den neuen folgen von the book of boba fett und auch the bad badge dann geht's los mit der setnummer 75 323 das ist das raumschiff des gefürchteten kopfgeldjägers cat bane und wer die verschiedenen star wars medien verfolgt weiß dass cat bane mindestens drei bekannte schiffe hat ich vermute allerdings dass es sich hier aufgrund des relativ hohen preises von 159 euro 99 um sein neuestes und auch größtes raumschiff handeln wird nämlich die justifier zum jetzigen zeitpunkt lässt sich leider auch noch nicht sagen ob das set auf der ersten oder auf der zweiten bad badge staffel basieren wird in der ersten kam es ja zum ende hin vor ich denke mal die geschichte geht dann auch in der zweiten staffel weiter und ehe das set dann erschienen ist im august dürfte wahrscheinlich die zweite staffel auch schon angelaufen sein das set besteht aus 1022 teilen außerdem noch und es ist wohl klar dass hier mindestens eine neue cat bane figur beiliegen dürfte das zweite set was im august erscheinen wird ist die 75 332 und wird ein 80 s design jetzt fragt ihr euch vielleicht schon wieder ein 80 s die den hatten wir ja erst im januar und ja das stimmt allerdings ist das hier ein 4 plus set das besteht aus 87 teilen und kosteten 29 euro 99 und wie das immer bei 4 plus set so ist können wir hier mit vielen großen formteilen rechnen sticker sollte es standardmäßig nicht geben dafür dann allerdings wieder bedruckte teile und ich nehme einfach mal an damit sich dieses set hier von dem vom januar unterscheidet wird das hier ein set zum planeten endor sein vielleicht dann auch mit chewbacca oder ein paar ewoks drin das nächste set was wir auf der liste haben ist die 75 333 und das wird ein jedi starfighter werden bestehend aus 282 teilen zu einem preis von 29 euro 99 und da in diesem jahr das 20 jährige jubiläum von episode 2 ist gehe ich mal ganz stark davon aus dass das hier der delta 7 sein wird den ubi waren im film geflogen hat ich nehme mal an dass lego hier einige sets zum jubiläum rausbringen wird da kommen wir auch gleich noch mal drauf zurück ein set auf das ich mich jetzt schon freue ist die 75 335 das wird nämlich passend zur fortsetzung von jedi fallen order die ja ende des jahres erscheinen soll ein baubarer bd 1 werden das ist der druide von cal kestis und sozusagen der kompanion in diesem video spiel und der wird dann sagen wir mal der nachfolger vom 75 318 the child werden in der serie der brick built characters das bedeutet dann auch wiederum dass wir nicht nur den druiden haben dürften in diesem set sondern auch dieses kleine bekannte datenschild und eine minifigur von bd 1 und hier nehme ich mal an dass diese nicht aus einzelnen steinen gebaut sein wird sondern aufgrund der geringen größe des druiden ein neues formteil sein wird analog zur die figur die wir damals bei den episode 9 sets bekommen haben dieses set hier besteht aus insgesamt 1062 teilen und wird hierzulande 99 euro 99 kosten dann machen wir einen kurzen sprung vom august hin zum september da erscheint nämlich der 75 340 lego star wars adventskalender bestehend aus 329 teilen und ich hatte es glaube ich schon öfter mal angedeutet die adventskalender werden in diesem jahr leider teurer werden statt der üblichen 29 euro 99 müssen wir nämlich jetzt 34 euro 99 bezahlen zum inhalt des kalenders ist uns zum jetzigen zeitpunkt leider nur sehr wenig bekannt ich kann euch lediglich sagen dass es wohl r2 d2 und c3 po in einem besonderen weihnachts outfit geben soll und als weiteres dann noch eine luke skywalker minifigur im hot outfit und dann sind wir auch schon im zweiten teil des videos angelangt den lego star wars sommer neuheiten wo uns zum jetzigen zeitpunkt leider noch nicht so viele informationen vorliegen deswegen würde ich hier auch nicht wirklich von leaks sprechen sondern eher von begründeten vermutungen und erfahrungswerten was ich denn hinter diesen sets verbergen könnte da haben wir als erstes nämlich erstmal die 75 325 und zu diesem set ist schon länger bekannt dass es unter the book of boba fett laufen soll und besonders ist hierbei auch dass es nicht wie der palast von boba fett im märz erscheinen soll sondern dann erst im juni also so ein bisschen nachzügler ist das hier und außerdem kennen auch die teilezahl 411 teile sind hier enthalten zu einem preis von 69 euro 99 was erstmal sehr hoch gegriffen klingt wenn wir uns jetzt mal den inhalt der letzten book of boba fett folgen anschauen und hier noch mal eine explizite spoiler warnung dann gibt es eigentlich nur eine sache beziehungsweise jetzt nach der letzten folge eigentlich auch zwei sachen die ich mir hier drunter vorstellen könnte als erstes natürlich mal den gerunds neuer chromfarben n1 starfighter hier würde auch dazu passen dass wir ja dann im august noch eine bd figur bekommen höchstwahrscheinlich die könnte man hier einfach mit einem anderen druck auch wieder beilegen außerdem dann noch peli motto mit einigen ihrer weiteren droiden und so einen kleinen hangar als zeitbild aber ich könnte mir jetzt nach der letzten folge auch durchaus vorstellen dass gerade wenn wir uns das preisteile verhältnis angucken das ist ja schon sehr weit entfernt von den üblichen preisen dass es hier eventuell einen neuen rancor geben könnte aber das ist wie gesagt alles nur spekulation und das ist jetzt auch nur eine spekulation aufgrund eben dieses preisteile verhältnis ist weil der rancor ja eigentlich ein großes formteil sein könnte und das wäre hier eine begründung warum das so teuer ist bei so wenig teilen dann gehen wir über zum set 75 33 1 und zudem ist zum jetzigen zeitpunkt eigentlich noch wirklich gar nichts bekannt außer dem preis der liegt nämlich bei 529 us dollar 99 und dann wahrscheinlich auch so zwischen 500 und 550 euro und wenn wir uns aber mal den veröffentlichungs rhythmus von lego der letzten jahre anschauen das war ja dann immer so großes ucs set master builder series set großes ucs set und so weiter und das hier müsste dann theoretisch wieder ein master builder series set werden ein hinweis darauf was das hier sein könnte geben eventuell äußerungen der designer die haben nämlich gesagt sie wollen in großen sets keine exklusiven figuren mehr verwenden gerade nach der kritik beim gunship ist das wahrscheinlich auch irgendwie vertretbar diese aussage aber jetzt kommt hier sehr viel spekulation ins spiel ich nehme an dass es hier wirklich die arena von geonosis sein könnte denn dieses diese szenerie ist wirklich prädestiniert dafür ein master builder set zu sein auf der einen seite und als zweites sollten denn wirklich jubiläumssets zu episode 2 kommen hat man hier eine riesigen figuren pool der in den normalen sets drin ist die allerdings dann auch in der arena auf geonosis eben auftreten könnten wie gesagt es ist noch ein bisschen früh um hier genaue informationen zu diesem set zu haben aber natürlich sobald wir hier dann auch genaueres wissen werde ich euch noch mal darüber informieren dann haben wir das set 75 334 das besteht aus 408 teilen und wird auch hierzulande 49 99 kosten hier auch wieder keine ahnung was genau das sein könnte meine spekulation ist hier einfach mal dass es eine neue django fads slave one werden wird ganz einfach aus dem grund dann haben wir ein weiteres jubiläum set für episode 2 und als zweites wäre das auch tatsächlich ein passendes gegenstück dann zum jedi starfighter weiter geht es dann mit dem set 75 336 das wird 99 euro 99 kosten und besteht aus 924 teilen erscheinungsterminen auch hier wieder am ersten august was sich genau hinter dieser set nummer verbirgt weiß ich nicht ich habe allerdings eine vermutung denn wie wir erfahren haben arbeitet lego tatsächlich an einem atti der dem atti aus dem jahr 2013 sowohl größen als auch design technisch recht ähnlich sein soll und ja das hört sich für mich eigentlich an wie eine bestätigung für episode zwei sets und dann kommen wir zum letzten set die 75 337 bestehend aus 1082 teilen zu einem preis von 139 euro 99 und theoretisch könnte auch das hier der atti sein ich habe allerdings eine andere vermutung was das set hier sein wird und wie gesagt das ist wirklich kein league sondern nur eine vermutung von mir persönlich denn schauen wir uns mal an was immer auch parallel zu den atti ist in den letzten jahren verfügbar war nämlich das ganz schön und ich glaube wenn lego ein atti rausbringt muss auch einfach ein gunship daneben im regal stehen jetzt gibt zwar aktuell auch das ucs gunship im programm am beispiel des 80s sehen wir aber das lego grundsätzlich kein problem hat dass sowohl ein spielset als auch ein großes sammler set parallel angeboten werden deswegen meine vermutung hier kriegen wir dann das zum atti passende gunship als jubiläum set zu episode 2 und das soll es auch erst mal gewesen sein mit den informationen mit den ersten informationen zu den lego star wars 2022 sommersets ich nehme an in den nächsten tagen und wochen wird es da auch noch mehr details dazu geben wenn vielleicht auch andere leute da noch irgendwas in erfahrung bringen können ich werde auf jeden fall ein update machen sobald uns da etwas vorliegt was haltet ihr denn von diesen ersten sets zu dem wir jetzt schon genau wissen was sich dahinter verbirgt und was denkt ihr verbirgt sich hinter den z nummern wo wir noch nicht genau wissen welche modelle oder fahrzeuge ist denn sein werden schreibt mir eure gedanken dazu gerne unten in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst mir gerne ein like und ein abo da um keine zukünftigen videos mehr zu verpassen ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs zusehen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss